Das ist das Einzige. Das ist das Einzige, was mich noch ein wenig nervt. Ich meine, alternativ kann man jetzt natürlich auch sich die Dings holen. Die Söldner. Ich muss mal wirklich ganz kurz gucken. Wie teuer wären die alle im Einkauf? 280. Hm. Kommen wir irgendwie dazu, 280.000 Denari zu bekommen? Ich meine, Essen und so ist auch noch eine mittelschwere Katastrophe, müssen wir ehrlicherweise sagen. Achso, apropos mittelschwere Katastrophe. Aber wir bauen. Das müsste doch eigentlich so gehen, oder? Ah, okay. Ja, das ist mir Banane. Wir gucken mal ganz kurz, ob das funktioniert. Achso. Es wird funktionieren. Warte mal, ich habe hier einen Dreierweg wahrscheinlich. Und zwar, wie das aussieht. Und ich hätte wirklich mal gerne eine Übersicht. Wie viel dürfte ich denn gerade haben? Ich meine, klar. Ich kann natürlich auch durchrechnen. Indem ich jetzt hier die einzelnen Stufen oder Upgrades mir angucke. Das ist aber ein bisschen ungeil. Und dieser Weg ist wirklich eine schwere Katastrophe. Warum sieht denn der Weg so scheiße aus? Also klar, es ist nicht mein Weg. Aber warum kann ich ihn nicht pflegen? Der sieht da oben auch nicht besser aus. Das sieht natürlich jetzt noch schlimmer aus, wenn hier ab und zu mal so ein paar Pflastersteinfetzen dazwischen hängen. Naja. Feuer Brand. Okay. Gemüsefarm. Kurz mal ein bisschen weniger. 13 freie Arbeiter. Was können wir denn noch bauen? Können wir mal kurz durchgehen. Also per se sind wir erstmal ganz gut aufgestellt. So Exzess. Essenspräferenz ist katastrophal. Und das ist das da oben. Essensstage sind okay. Essensrationen. Könnte ich natürlich auf zwei erhöhen. Dann halbiert sich allerdings das Essen. Getränkerationen. Darüber rede ich nicht. Einrichtung schlimm. Kann man das hier eigentlich mal auf eine Eins machen? Kleidung schützt den Träger vor Elementen, vor den Elementen und erhöht dessen Selbstwertgefühl. Sie besitzen eine limitierte Haltbarkeit, wobei ein Paar ungefähr zehn Tage hält. Ah ja, okay. Das war vielleicht nicht die cleverste Idee. Ah, Quatsch. Guck mal. Jetzt komme ich aber halbwegs... Nee. Okay, das hat sich glaube ich nur kurz angespart, weil ich das hier runtergesetzt habe. Okay, Juwelen wäre dann nochmal was. Ja, und dann könnten wir überlegen, ob wir hier rauf gehen. Auf die ganzen Excess-Dinger an sich. Jetzt bin ich mal ganz... Ich würde es halt gerne angezeigt bekommen. Also hier steht ja jetzt nicht Consumption durch Blubblub. Blablub. Sondern da steht einfach nur, was ich am Ende raus habe. Edelsteine. Normale Steine kann ich euch nicht geben. Fische will keiner. Nutz-Tiere hätten gern welche. Leder. Da mache ich aber gerade glaube ich nicht plus. Nee, ganz im Gegenteil. Da müsste ich eigentlich sogar noch einen Jäger demnächst bauen. Unfassbar viel. Verarbeitete Steine. Verarbeitete Steine. Das muss ich alles importieren. Äh, importieren. Da muss ich erstmal alles aus meinen Provinzen holen. Also das könnte ich tatsächlich jetzt überlegen. Weil der Schneider verbraucht halt unfassbar fette Mengen, ne? Wir werden auf jeden Fall jetzt den zweiten Weber bauen. Das ist schon mal das allererste, was ich mache. So, das bedeutet, da machen wir einen Zwischenweg. Ja, und den bauen wir ja gleich mal ein bisschen effizienter auf. Weil der so tatsächlich am meisten Sinn macht. So, Webstühle. Warte mal, ich baue mal hier vorne erst. Die auf. So, dann Hilfs-Webstühle. Und dann gucken wir, ob wir hier vielleicht noch, ja, wunderbar, einen Mini-Webstuhl reinkriegen. Der Eingang kommt dann bitte hier hin. Ja, komm, und hier kann meinetwegen auch noch ein Eingang hin. Und wir bauen aus Holz. So, Abmarsch. Da kommt der Weg. Der geht hier lang. So, dann könnte man überlegen, ob man hier vielleicht noch mal ein, zwei Wohnungen oder so baut. Ja, das würde sogar halbwegs passen. Keine Ahnung. Haben wir hier oben überhaupt Steinhäuser? Glaub nicht, ne? Pass auf, dann bauen wir hier ein Steinhaus hin. Da drüben kommt ein bisschen Deko hin. Und dann machen wir so kleine Minisäulen noch daneben. Minisäulen noch daneben. So. Aufbau, Aufbau. So, Dekoration, das ist drei breit. Kann man hier auf die Ecke noch so eine kleine Lampe setzen. So, Steine, weiterhin ein Problem. Und hier ist auch alles an Steinen jetzt gerade weg. Ich müsste tatsächlich überlegen, ob wir bald in Richtung Steinmine gehen. Weil ich glaube, Stein wird das nächste Problem. Außer, wenn wir irgendwo ein dickes Stein vorkommen. Hier beispielsweise. Ne. Da ist Stein vorkommen. A, B, A. Warte mal. Das hier ist Stein, ne? Ja. Ist das auch Stein? Ah, das ist ein Vorkommen. Das ist halt nur doppelt. Verstehe. Das ist halt super weit weg, ne? Hm. Das ist noch nicht so ganz das, was ich gern hätte. Aber ich werde nicht umhinkommen. Ich muss das irgendwann so bauen. So, direkt die Verbesserung. Und dann kommen jetzt die ganzen neuen Wäber. Aber gut, wir haben genug. Wir können jetzt hier massiv in Webereien investieren. Wahrscheinlich wird es selbst wie nicht ausreichen, um das Ganze, den ganzen Kotten hier wegzubekommen. Wir haben ja auch noch tausende von Baumwolle hier irgendwo rumliegen. Schätze ich mal. Wo ist denn, ich meine, der Chefsessel hier unten, ne? Ach du heilige Scheiße. Ach du Scheiße, liegt hier viel Baumwolle rum. Wo lagere ich denn das? Hier oben bestimmt, oder? Warte mal, das ist... Ne? Wo ist denn das andere große Lager aus, das hier, ne? Ah, da war da sogar Baumwolle gerade. Ach, ich habe hier keine Crates mehr frei. Scheiße. Aber ich könnte das nochmal boosten. Das mache ich. Das macht absolut Sinn. Ach so, und ihr hier bitte nur Menschen und... Ne, doch. Zack. Keine Ahnung, ob die Leute überhaupt einziehen. Aber sieht okay aus. So, dann... Barbiere ist ein großes Problem. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal ein paar mehr bauen, außer den einen. So, der erste ist... Wo ist denn hier Schere und Messer? Ist das blöd? Äh... Wo ist er? Da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Ich muss doch mal im Gasthaus gleich gucken, ob schon die ersten Gäste da waren. Ach, da steht er. Hier. Okay, dann machen wir mal hier noch einen hin. Ich kann ruhig einen dicken bauen. So, Ständer. Ja, perfekt. So, nochmal 16 Stück. Ach so, das ist nur Teppich. 45. 90. So, einmal länger? Ne. Ich könnte es so machen. Dann wäre alles aus... Äh... Abgedeckt. Jetzt möchte ich den jetzt hier abreißen. Da sind wir noch mehr 100. Ja, wir müssen hier dann eh nochmal Teppiche setzen. So. Bien. Aus... Gar keinen Fall Stein. Aus Holz. Ach, da brauche ich schon wieder Werkzeuge. Leckt mich doch am Arsch. Gut, müssen wir gleich nochmal importieren. Können wir eigentlich jetzt schon machen. Nein. Nachfrage. Werkzeuge. Äh, ich nehme mal 60. Für 10.000. Dafür bekommt ihr... 4.000 Baumwolle. Kannst auch schon durch. So. Schön. So, da brauche ich natürlich immer 16 Barbears. Müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Dann müsste ich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen in... Essen investieren. Alternativ. Natürlich... Importieren wir hier rüber. 2, 3. Reicht immer noch nicht, ne? 2, 4 brauche ich. Scheiße. Wo bekomme ich denn jetzt noch was dazu? Das bringt mir nichts, ne? Nein. Das bringt mir nur Zufriedenheit, aber nicht das, was ich brauche. Scheiße. Wo bekomme ich denn jetzt... mehr Menschen. So, würde ich nochmal welche kriegen? Da würde es tatsächlich sogar noch weiter gehen. Bekomme ich aber nicht, weil... Workforce 6. Ach, 6! Okay, eine Workforce zu viel. Also wenn ich das nochmal kurz abreiße... Ich muss gucken, dass ich die nächste Dings erreiche. Die nächste Stufe. Damit ich weiter upgraden kann. Zufriedenheit ist gerade überhaupt nicht gut. Aber das müssen wir nach und nach dann angehen. Oh, komm schon. 2, 4 bitte. Also das kann es aber auch nicht sein. So, schon wieder Unfall. Egal. Das ist, das ist ja... Health ist mir egal. Okay, das bringt Loyalität, aber das geht dann zu Ungunsten des Anderen. Aber das kann es ja nicht sein, dass ich hier nur damit beschäftigt bin, das alles hochzupowern. Ich meine, ich könnte, wenn ich hier, weiß ich nicht, auf Stufe 5 bin, kann ich das alles abreißen. Was passiert denn eigentlich, wenn ich das runtersetze? Ah ja, okay, das passiert. Die Bevölkerung geht runter. Ich lasse das mal kurz durchlaufen. Vielleicht komme ich auf 2, 4, dann kann ich nochmal upgraden. Und dann kann ich hoffentlich irgendwann dazu übergehen, auch wieder in die ganzen Dings hier zu investieren. Die ganze Ressourcenproduktion. So, 11 Leute warten übrigens auf ihre Verurteilung. Das ist unfassbar viel. 5 Arbeiter zu wenig, aber die sollten hoffentlich bald kommen. Aber der Barbier müsste fertig sein. Oh nee, der Barbier ist noch nicht mal fertig. Was macht das Gasthaus? Gab es schon Gäste? Nein. Zero Gäste. Oh oh. Jetzt sterben die Leute wie die Fliegen. Scheiße. The people will be dying now. I guess. Leider. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Kann man das so bauen? So, warte mal bitte. Ganz rapido auf. Jetzt wird's hart. Ich hab halt keine Arbeiter dafür. Aber anscheinend stirbt auch keiner. Sehr gut. Doch, jetzt sterben die Ersten. Was ist das? Regionen, die verbessert werden können. Oh ja. So, bringt mir 50 Workforce. Super. Nächste Stufe wären 4.800. Da bin ich ehrlich, da scheiße ich ein bisschen drauf. Sondern ich gehe jetzt erstmal so ein bisschen auf Zufriedenheit. Zack, erfüllt. Und jetzt gehen wir wieder hier rauf. Also, ich hätte auf jeden Fall gern das. Ich bräuchte auf jeden Fall Essen. Und eigentlich würde ich auch gern das sehen und das noch. Opiate? Kräuter sehe ich gar nicht. Warte mal, bevor ich eigentlich das nehme, müsste ich eigentlich das nehmen. Oh. Ja, okay. Wunderbar. Alles weg. Also nochmal. Das. Was bringt das? Achso, das bringt einfach nur verbesserte Dings. Steuern sind mir egal. Das boostet halt auch nochmal richtig. Warte mal, das können wir mal zum Ende bauen. Also, ich baue auf jeden Fall das, das, das. Das und das. Das hier geht... Oh. Auf die zwei, das reicht aus. Essen. Also, wir bekommen 174. 362. 257. Wenn ich das jetzt baue, bekommen wir nochmal immens viel mehr. Ja, das macht alles keinen Sinn. Außer der Holzfäller würde es Sinn machen. Da könnten wir aber auch einfach den Holzfäller erweitern. Wir kriegen 211. Naja, besser als gar nichts. So, Fleisch 126. 216 und 16 dafür. Alter, wie legeil. Position ist mir egal. Das ist mir alles egal. Health Global. Cool. Steuern Global. Und Workforce Global. Und Workforce Global. Ja, gut, okay. Allgemeine Zufriedenheit kann ich nochmal erhöhen. Und das war's dann. So, dann bin ich aber auch relativ gefangen auf der Stufe 5. Also, relativ gefangen. Ich bin gefangen auf Stufe 5. Mach natürlich aber richtig Asche. Nein, ich hab irgendwas zu viel. Warte mal, warte mal. Das sind aber auf die 1. Dann können wir das schon mal akzeptieren. So, dann kriegen wir nämlich jetzt auch nochmal gut Unterstützung, äh, essenstechnisch. Und vor allem auch baumwolltechnisch. So, die Leute sterben wie die Fliegen. Jetzt dann doch. Aber wie gesagt, jetzt gibt's Essen gleich. Jetzt gibt's gleich Essen. So, verbessern. Verbessern. So, die Leute sterben trotzdem wie die Fliegen. Gar nicht so schön. So, jetzt müsste es aber halbwegs warm wieder sein. Die Leute sterben trotzdem noch. Fast eine Region konnte verbessert werden. Üppige Ernte. Naja, immerhin die Kräuterfarm gehen durch. So, ja, okay. Ist jetzt Philosophie-Frage, was wahrscheinlich besser ist. Der Schnaps macht, glaub ich, mehr Sinn. Nein, wahrscheinlich, wenn dann sogar das hier nehmen, oder? Plus 1, 6. Plus 1, 2, 8. Ja, ich glaub, wenn dann sogar das hier. Okay, akzeptieren wir. Gut. Allgemeine Zufriedenheit geht hoch. Ja, Bevölkerung geht auch noch mal ein bisschen hoch. Aber dann sind wir, was Namark betrifft. Ich weiß gar nicht, warum die hier nur so einen komischen Smiley haben und keinen grünen. Ja, warum eigentlich? Was ist denn die Zufriedenheit? Support 100%. Aber trotzdem nur einen gelben Smiley. Ah ja, okay, jetzt ist wieder grün. Sehr gut. So, Menschen 27 im Minus. Schade. Das Gasthaus funktioniert immer noch nicht. Das ist nicht schön. Und warum sind die Leute schon wieder unzufrieden? Alter, wegen der Bevölkerung. Warum? Was passiert da? Ach so, wegen unrechtmäßiger Tode. Weil die hier alle erfroren sind. Ja, okay. Das passiert. So, aber Essensmäßig. Alter, wenn man sich mit den Zahlen anguckt, ist das einfach unfassbar. So, jetzt geht's auch wieder hoch. Also, wir bekommen jetzt ja jeden Tag, oder alle vier Tage wahrscheinlich, Essen aus Namark. Also, ich glaube, Essen ist jetzt erstmal relativ safe. Also, das sollte jetzt hier schleunigst nach oben gehen. Dann sollte die allgemeine Zufriedenheit dadurch wieder steigen. Ja, das geht auch irgendwann wieder hoch. Mehrheit, bla, blub, Sklaven, bla, blub, egal. Ähm, Dienstleistungen, die große Arena wäre noch was. Aber ich müsste erstmal wieder auf Labore gehen. Also, eigentlich müsste ich jetzt nochmal eine ordentliche Anzahl an Menschen oder Einwohner dazugekommen. Und dann müsste ich, naja, hier meinetwegen, auf das nächste Labor gehen, damit ich weiter forschen kann. Oder, nee, Punkt. Ich wollte gerade sagen, oder ich upgrade das. Äh, die Labore, aber dafür brauche ich erstmal Forschung. Also, auch das geht nicht. Steht hier eigentlich alle um die Stadt, Schreier rum. Ist ja davon zu wenig? Ist bei Dienstleistungen, ne? Naja, könnte besser werden. Guck mal, hier oben noch. Gibt es eigentlich auch größere? Nee, ist aber nur diese eine. Ich gehe noch hier hinsetzen. So, kurz und schmerzlos. Gut, ein Arbeiter nochmal weniger. Kann man den eigentlich upgraden? Nein. Und man versammelt sich wieder. Alter, was schmeißen die da hin? Geld oder was? So, und da geht der Stadtschreier wieder hoch. Sehr gut. Bühnen sieht gut aus. Kampfgruben ist so ein bisschen das Problem. Wir haben, glaube ich, nur eine, ne? Nee, zwei. Ich würde mal hier hinten so eine ganz, ganz fette Kampfgrube bauen. Die größte, die geht. Ja, perfekt. Die sind nicht ganz so weit weg von der anderen, aber die schmeißen wir mal noch da in die Ecke. So, 20 Arbeiter fehlt noch, aber durch Geburten und Züchtung sollten wir hoffentlich noch genug zusammenkriegen. Ja, auch easy, ganz schnell gebaut. Steine ist wieder das Problem. Guck mal, hier haben wir doch noch eine Milliarde Steine rumliegen. So, nur noch aufgebaut werden. Gut, dann gehen nochmal ein paar Arbeiter flöten, aber egal. Wann nochmal, wir bauen noch die andere Seite noch. Zack. Ja, warte, nee, Statue hätte ich gerne da. Und dekorationsmäßig machen wir noch Blume. So. Wunderfein. So, jetzt kann ich ja wieder Kretonia dazu holen. 45 Arbeiter weniger. Ach, weil da bei Bier steht, wa? Ja. Okay, das sollte aber auch noch mal insgesamt die Zufriedenheit pushen. Das ist schön. Und guckt mal bitte, wir haben für 17 Tage jetzt Essen. Bombe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.